Auch wenn ihr euch schon gefreut habt, dass das jetzt, weil es geklingelt hat, das Titan Aero Video ist, ihr seht es, ich habe das Ding hier noch zerlegt. Das Video ist fertig, mir fehlt aber noch ein bisschen Dokumentation, dass ich euch das ordentlich zeigen kann. Ja, in diesem Video will ich einfach nur mal vielen, vielen Dank sagen für die 5000 Abonnenten, die wir jetzt geknackt hatten. Ich wollte eigentlich, ich habe es mir so fest vorgenommen, wollte ich ein 5000 Abonnenten Special machen und euch quasi so ein bisschen zeigen, wie ich zu diesem Hobby gekommen bin und einfach zu mir als Person ein bisschen was erzählen. Ich habe aber wieder so viele Projekte angefangen, die ich jetzt abarbeiten musste, dass ich das irgendwie wieder mal nicht geschafft habe. Aber ich gebe mein allergrößtes Versprechen, dass ich bei 10.000 Abonnenten, auch wenn es jetzt ziemlich hoch gegriffen ist, bei 10.000 Abonnenten mache ich auf jeden Fall ein richtiges Special Video, wo ich mich halt vorstelle und zeige, was ich hier so mache und wie ich dazu gekommen bin, wie mein ganzes Umfeld so aussieht, damit ihr mich einfach ein bisschen besser auch so privat kennenlernt. Ja, die Projekte will ich euch einmal kurz erzählen, was ich hier gemacht hatte, weil ich habe ein bisschen vorgearbeitet quasi, um das Ganze, was ich vorgearbeitet habe, das muss ich jetzt im Nachhinein verfilmen. Deswegen ist der Abstand vom letzten Video jetzt zum nächsten, also der Zeiten Aero und den folgenden dann auf jeden Fall wieder kürzer. Das erste Projekt, was ich angefangen hatte, war, ich war von diesem Video mit dem Pertinax, war ich so sehr überzeugt, dass ich jetzt angefangen habe, eine eigene Druckplatte quasi zu entwickeln, die es möglich macht, diese Platten quasi zu wechseln und das für einen ganz geringen Kostenaufwand. Also wie gesagt, das ist das Erste, was ich jetzt quasi angefangen habe, was auch schon fast fertig ist. Mir fehlen nur noch ein paar Teile, die ich bestellt habe. Dann wie gesagt, das Titan Aero Video, was fertig ist, was nur noch hochgeladen werden muss, wo mir die Dokumentation fehlt. Das ist auch fertig. Außerdem habe ich nebenbei noch ein kleines Display programmiert für den Drucker, weil ihr kennt es ja, oder ihr kennt mich zumindest mittlerweile ein bisschen mindestens. Ich wollte den Titan Aero haben, der sollte funktionieren. Und dann wollte ich irgendwie noch ein Special haben, was es momentan noch nicht gibt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mit Arduino und einem kleinen Display, habe ich ein Programm geschrieben, was uns quasi ermöglicht, die Temperatur vom Motor auszulesen und uns über einen Display grafisch anzuzeigen. Und ich habe mich darin so verfranst und mich so viel Energie reingesteckt, weil ich unbedingt wollte, dass das funktioniert. Jetzt hat das auf jeden Fall funktioniert. Hier seht ihr schon mal einen kleinen Ausschnitt, wie das ganze Spiel da aussieht. Man kann, wie gesagt, die Temperatur vom Motor überwachen und gucken. Wenn der Motor zu warm wird, kann man quasi einschreiten und dann, weiß ich nicht, einen Alarmton anmachen oder den Drucker ausschalten im schlimmsten Fall. Und dieses Projekt hat mich auch sehr viel Energie und Zeit gekostet, weil das mit dem Programmieren doch relativ schwierig war, muss ich sagen. Wird auf jeden Fall auch ein Video in Zukunft und ihr könnt das dann später auch auf jeden Fall nachmachen. Nächstes Thema war diese Stützstrukturen in den 3D-Drucken. Die haben mich so genervt, immer dieses Weckepopel von den Stützstrukturen. Deswegen wird hilft wahrscheinlich die nächsten Tage, nächsten Wochen, wird hier ein neuer Drucker dazukommen, der eine Dual-Explosion hat. Und mit dem möchte ich dann Hips, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Hips oder H-I-P-S, keine Ahnung. Ich sage einfach Hips, weil das lässt sich ein bisschen schöner aussprechen. Habe ich hier zwei Rollen Hips besorgt. Einmal von Material4Print, vielen Dank dafür. Und einmal habe ich mir auch nochmal selber einige gekauft, hier bei Amazon. Packe ich beides unten in die Beschreibung und rein, falls ihr schon mal sowas haben wollt für die Videos, die dann kommen. Und passend dazu habe ich mir hier so eine Orangenterpene geholt und dieses Zeug löst dieses Zeug auf. Und damit können wir uns quasi das Stützstrukturen entfernen sparen. Ich finde das ein super spannendes Thema, weil das eine der nervigsten Sachen ist im 3D-Druck, finde ich. Und dann ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Und zwar habe ich vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich ein Patent angemeldet. Ich kann euch leider erstmal nur ein bisschen was zeigen. Dieses Patent hat mich zwei Jahre Arbeit gekostet. Aber es ist fast fertig und es fehlen nur noch ein paar Schritte, um dieses ganze Thema abzuschließen. Und auch passend dafür hat mit Material4Print hier eine 2kg PTG-Rolle geschickt. Richtig geil. Und das brennt mir unter den Fingernägeln, euch dieses Patent oder dieses Projekt, was mich wirklich zwei Jahre gekostet hat, endlich zu präsentieren. Weil es nichts Theoretisches ist, so wie wir es momentan machen. Wir tunen ja nur den Drucker und bauen Teile für den Drucker. Und das ist wirklich mal was, was man druckt und was man dann auch nutzen kann außerhalb des Druckers und außerhalb der Wohnung. Also da freue ich mich riesig drauf, euch das zu zeigen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die 5000 Abonnenten. Jetzt wisst ihr so ein bisschen, wie es bei mir hier im Zimmer abläuft und was die nächsten Projekte sind. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, euch die Videos zu präsentieren. Und bei 10.000 Abonnenten wird auch wie jeden Fall ein riesengroßes Special kommen, wo ich euch alles quasi zeige, was mit mir zu tun hat. Und ja, darauf freue ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, die mit diesen Themen zu tun haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020